Ich bin heute in der Wirtschaft mit meiner Kamil, meiner Frau, mit drei Körnern, mit meinem Papa und meinem Mann. Ein Betrieb von 180 kg. Für drei Jahre habe ich den Gedanken gehabt, eine neue Futtermaschine zu bekommen und einen selbstfährigen Test. Das tut mir nicht so gefällt. Ich ging auf die W-Absichtgänge und habe schon geguckt, wie ich den Leili wegdurchschaft. Das tut mir ganz gut gefällt. Das kombinieren wir mit dem Wett. Ich kann am Sommer in Wett gehen. Das klappt ganz gut. Weil dann keine Nutzung gefüttert gehen, auf dem selber herkommen. Aber es tut mir auch ganz gut gefällt, dass die Körner immer frisch kriegen und immer frisch gesessen sind. Sie durchdurch motiviert sind, für viel Korn-Food-Absicht zu haben. Söne Schmerzi. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wirklichkeit.